Willkommen zu dem letzten Tag in Alpach. Der Early Morning Start war nur ein Indikator für den sehr speziellen Tag, der zu folgen war. Es ist soweit. Heute am Tiroltag findet die feierliche Eröffnung des Europäischen Forum Alpach 2018 mit den drei Landeshauptleuten der Euregio statt. Im Piùas bettiamo il conferimento dei Premi Euregio 2018 e la Präsentazione dei Resultati dell'Euregio Lab. Venite con noi hier die Highlights des Tages. Euregio Lab Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik